Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Ich bin auch erschüttert, sogar tief erschüttert. Ich möchte Ihnen hier mit mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Wir wollen Sie mit nach Hause nehmen. Mit nach Hause nehmen? Aber Sie ist doch leider... Sie müssen verstehen, durch die Umstände ist eine Obduktion nicht zu vermeiden. Wir sind hier, weil wir Sie holen wollen. Sie muss doch beigesetzt werden. Das wird Sie ja auch. Aber später. Dann nehmen wir jetzt Ihre Sache mit. Ich glaube nicht, dass Sie das... Die Polizei hat gesagt, wir dürfen das. Bitte, wenn Sie unbedingt wollen. Ihr Zimmer ist im ersten Stock. Rechts die erste Tür. Nehm schon mal die beiden Bilder ab. Ihre Tochter war übrigens ein sehr solides Mädchen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich vergiftet hat. Henri! Trotzdem werde ich alles dransetzen, den Fall zu klären. Und da ich im Ministerium bin, werde ich dafür Sorge tragen, dass man den besten Kriminalisten von Paris, den Kommissar Maigret, sofort herschickt. Hier riecht es ja furchtbar nach Qualm und Verbrechen. Dagegen gibt es ein gutes Mittel, frische Luft. Da war übrigens ein Anruf für Sie. Irgend so ein kleiner Politiker namens Besson. Charles Besson. So, und was wollte er? Dass Sie in der Normandie einen Selbstmord aufklären. Ich habe mir viel Charme und Diplomatie Nein gesagt. Noch was? Ja, hier diese Karte ist abgegeben worden. Die Dame will Sie unbedingt sprechen, eine alte Dame. Ich kann heute keine alten Weiber mehr sehen. Die hier wird Sie sich interessieren. Madame Fernand Besson, Witwe et Tretat. Der lieber Gott, schon wieder Besson und auch aus der Normandie. Na ja, die werden wir uns mal näher ansehen. Bitten Sie Madame Besson zu mir herein. Ist der Politiker mit der alten Dame verwandt? Der Selbstmord ist bei seiner Stiefmutter passiert. Und beide wenden Sie an mich, aber unabhängig voneinander. Einer von Ihnen hält uns für Stümpel. Bleib hier, Luca. Es wird sicher interessant. Herein. Ja, bitte. Guten Morgen, Kommissar. Guten Morgen, Madame. Sehr liebenswürdig von Ihnen, mich zu empfangen. Mir ist, als wären wir alte Bekannte. Denn ich habe alle Ihre Fälle verfolgt. Sämtliche Zeitungsberichte über Sie habe ich ausgeschnitten und aufbewahrt. Verzeihen Sie, ich bringe Sie in Verlegenheit. Lassen wir uns nicht in Verlegenheit bringen. Das ist Inspektor Lucat. Madame. Ich will Ihre Zeit auch nicht lange beanspruchen. Vorgestern Nacht ist mein Dienstmädchen gestorben, und zwar in meinem Haus. Sie hatte Strichnin genommen. Selbstmord? Nein, keinesfalls. Wissen Sie, wer ihr das Strichnin gegeben hat? Ja, das habe ich ihr gegeben. Sind Sie gekommen, um ein Geständnis abzulegen? Sehe ich etwa wie eine Mörderin aus? Seien Sie versichert, ich bin es nicht. Warum sind Sie denn gekommen? Weil ich Angst habe, Kommissar. Dass man Sie beschuldigt? Nein, deswegen nicht. Aber die arme Rose. Ich habe Sie sterben sehen. Es war wirklich ein grauenvoller Anblick. Und ich möchte nicht, dass man eines Tages von mir sagt, die arme Valentin. Sie glauben also, es hat Ihnen jemand heimlichstrichen in den Schlafmittel getan? Ach. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Nein, es mag vielleicht lächerlich klingen, aber eins steht für mich fest. Das Strichnin, an dem die arme Rose so qualvoll gestorben ist, war keineswegs für Sie bestimmt, sondern für mich. Sie schauen mich so merkwürdig an, Kommissar, aber ich ahne schon, was Sie denken. Diese alte hysterische Person leidet an Verfolgungswahn. Durchaus nicht. Erzählen Sie, wie das Mädchen gestorben ist. Wissen Sie, ich schlafe so wahnsinnig schlecht und seit Jahren nehme ich regelmäßig abends mein Schlafmittel. Das wissen alle. Was heißt alle? Meine ganze Familie. Ich habe zwei Stiefsöhne und eine eigene Tochter. Wohnen die bei Ihnen? Das wäre für mich viel zu anstrengend. Nein, aber am Samstag waren sie alle da. Ich hatte nämlich Geburtstag. An diesem Abend schmeckte das Schlafmittel so scheußlich bitter und ich nahm es nicht ein. Ich bat Rosa, es fortzuschütten. Aber das dumme Ding hat es getrunken und ist daran gestorben. Wollte vielleicht jemand Rosa umbringen? Rosa? Ach, ganz unmöglich. Sie war ein einfaches, armes Mädchen. Mhm. Und Sie, Madame? Wie bitte? Warum sollte Sie jemanden umbringen wollen? Haben Sie Vermögen? Leider nicht. Das war einmal, als ich meinen zweiten Mann, Fernandesson, heiratete. Er war sehr reich. Ich habe das nicht als unangenehm empfunden. Doch eines Tages wurden wie die Blätter einer schönen, verblichenen Rose, die Banknoten, und die Villa und alles vom Winde wegweht. Ich habe nichts mehr außer einem winzigen Haus und einer winzigen Rente. Und Ihren Schmuck natürlich. Ach, das sind nur Zuchtperlen. Und das ist eine gut gemachte Imitation. Gut, erzählen Sie mir etwas über Ihre Kinder. Meine Tochter Yvette ist verheiratet. Yvette Zydre. Sie war die Einzige, die bei mir übernachtet hat. Mein Stiefsohn Charles ist ein sehr bekannter Mann. Er ist Abgeordneter. Wenn der einen Mord begeht, verliert er bestimmt seinen Sitz. Und Theo ist ein gesellschaftlicher Snob. Wenn er seine Stiefmutter umbringen würde, würde er nie wieder in die richtigen Häuser eingeladen. Nein, Kommissar, es ist wirklich mehr als absurd, wenn Sie glauben, einer meiner Familie hätte versucht, mich umzubringen. Sie müssten sie sehen, diese harmlosen Kinder. Ist das das? Ja, Inspektor. Danke. Ihr erwartet bestimmt ein hohes Tier aus Paris. Das sehe ich dem sofort an. Also einmal einfach Paris. Ihre Mutter ist eine so liebe und gute Frau und wir alle sagen, dass Sie gar nicht... Danke. Madame, der 10.40 fährt nicht. Warum nicht? Dienstags nicht mehr. Wir haben einen neuen Fahrplan. Da drüben am Tisch, das ist Theo. Und weiter? Monsieur Theo Besson, Sie wissen noch. Danke. Wenn Inspektor Castan anruft, sagen Sie ihm, dass ich ihn hier erwarte. Jawohl, Monsieur. Wie immer, Monsieur. Ja. Der berühmte Kommissar Maigret aus Paris. Schon gut. Sie sind also Kommissar Maigret aus Paris. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wohlfühlen. Also, wenn Sie Erholung und Sonne suchen, sind Sie hier am rechten Fleck. Aber wenn Sie Mörder suchen, dann... Schauen Sie, das ist Monsieur Theo Besson, einer der Stiefsöhner der alten Dame. Wohnt er hier? Schon über zwei Wochen. Komisch, sonst ist er immer im Motto-Bateau. Aber seine Stiefmutter lebt doch hier. Ja, deswegen bleibt er auch lieber weg. Da sitzt der berühmte Kommissar Maigret aus Paris. Wissen Sie, wer da drüben sitzt? Der berühmte Kommissar Maigret aus Paris. Er wohnt auch bei uns. Habe ich schon gehört. Guten Morgen. Ach, wie schön, Sie kommen persönlich. Ich habe schon alle Unterlagen zusammen. Gut, schauen wir uns hier draußen an. Hier draußen? Ich möchte die gute Seeluft genießen. Wie Sie meinen. Guten Morgen, Inspektor. Morgen. Also nehmen wir die alte Dame zuerst, wenn es recht ist. Da ist sie ja schon. Alter 60, geborene in Etretat, Elternarm, erster Mann, Postbeamter aus der Ehe, eine Tochter Yvette. Postbeamter starb an TB. Nennen wir dann Verkäuferin im Geschäft, wo sie Besson kennenlernte, der damals mehrere Millionen schwer war. Er hatte zwei Söhne. Er hatte zwei Söhne, Monsieur Theo und Monsieur Charles. Wir haben Glück. Da sitzt Monsieur Theo. Wirklich? Er will die Polizei nicht kennen, darum grüßt er mich nicht. Er verkehrt nur in der allerbesten Gesellschaft. Er speist mit Gräfinnen und Millionären. Und feiert Geburtstag mit seiner Stiefmutter. Aber nur einmal im Jahr. Ja, ansonsten ist das Verhältnis äußerst kühl. Ich habe übrigens über alle beteiligten Akten angelegt. Da wären, äh, Monsieur, Monsieur, Monsieur Charles, äh, Monsieur... Ich will keine Aktendeckel sehen, geben Sie mir eine kurze Zusammenfassung. Aber da drin ist ja alles zusammengefasst. Nein, zählen Sie es mir mündlich auf. Na schön, wenn Sie meinen. Alle in Frage kommenden Leute, die die alte Dame töten konnten, waren an diesem Tage in dem Haus. Monsieur Theo, Monsieur Charles und Mademoiselle Yvette. Macht 24 Worte, glaube ich. 25. Und Rosa? Das Gift war doch nicht für Sie bestimmt. Aber schließlich ist sie dann gestorben. Gut, wie Sie wünschen. Wo ist sie denn? Ah, hier ist sie. Hier ist Rosa. Und hier sind Ihre Fingerabdrücke. Und das hier, das haben wir im Wohnzimmer gefunden mit Monogramm L. Ah, gucken Sie mal den jungen Mann da drüben. Das ist Rosas Bruder. Monsieur Theo Besson? Ich habe Sie überall gesucht. Ah, ich merke schon, Sie wollen nicht mit mir reden, ne? Mein Name ist Henri Trauchy. Schon mal gehört? Ja. Warum waren Sie nicht auf Rosas Beerdigung? Ach, Sie sind Ihr Bruder. Mein herzlichstes Beileid noch nachträglich. Darf ich Sie zu einem Trink einladen, mein Lieber? Aber nicht hier. Gehen wir woanders hin, wo wir in Ruhe plaudern können. Monsieur Besson. Guten Tag. Kommen Sie endlich, oder soll ich lieber gleich hier auspacken? Ist das dasselbe Glas aus dem Rosa? Oh, nein. Es sieht aber genauso aus. Ich bekam solchen Schreck. Ich bin sehr vorsichtig, Charles. Außerdem könntest du dir es in deiner Position gar nicht leisten, mich zu vergiften. Lass bitte diese Scherze. Schließlich steht meine Karriere auf dem Spiel. Rosas Tod in diesem Haus kostet mich Hunderte. Ach was, Tausende von Stimmen. Vor allem bei diesen dämlichen Fischern. Es tut mir furchtbar leid, Charles. Und du bist so gut. Danke. Ich will dich auch nicht länger hier halten, denn deine eigene Familie braucht dich dringend. Deine Schwiegermutter ist krank, nicht wahr? Schwer krank. Sie ist eine sehr reiche Frau. Es ist für uns alle eine große Belastung. Ach, Charles. Würdest du freundlicherweise das Bett für mich rauftragen? Das Bett rauftragen? Ja, es ist Rosas Bett. Ich habe alles aus dem Zimmer rausgeschafft. Gründlich sauber gemacht und lange gelüftet. Der Arzt hat gesagt, ich darf nichts Schweres heben. Aber Marie wird dir dabei helfen. Du wirst Monsieur Besson doch gern helfen, das Bett raufzutragen. Nicht wahr, Marie? Ja, ist gut. Einen Moment. Nicht so schnell. Mein Gott, ist das schwer. Setzen Sie nochmal ab. Ich habe es doch noch gar nicht richtig gepackt. So. Und nun nach rechts. Ja, so ist gut. Jetzt absetzen. Verdammt, ist das schwer. Hoffentlich habe ich mir nichts geholt bei dieser Schlepperei. Ach, geht's erst mal hinsetzen. Ach, mein Herz. Ach, Charles. Ich möchte es gerne herumdrehen. Wieso? Ihr hat's doch immer gestanden. Das schon. Aber ich möchte das ganze Zimmer umkränken. Na gut. Darauf kommt's ja nun auch nicht mehr an. Ach so. Sehr gut. Mein Herz. Mein armer Charles. Du hättest einen Drink verdient. Einen Drink? Ja, bitte. Wenn ich nicht dummerweise einen Gast erwarten würde. Was ist denn nun los? Ich habe gerade nachgesehen, was für ein Fabrikat das ist. Das ist so ein Tick von mir. Na ja, auf Wiedersehen. So ein Narr. Ja, bitte. Wie reizend. Guten Tag, Madame. Nehmen Sie Platz, Kommissar. Vielleicht hier. Das ist ein bequemes Essen. Brauchen Sie in Ruhe Ihre Pfeife? Oder wollen Sie etwa sofort mit der Arbeit beginnen? Der Weg hierher war anstrengend. Ich möchte erst etwas verschnaufen. Wie wär's denn zunächst einmal mit einem Calvados? Er ist sehr alt und hat Anspruch darauf, zelebriert zu werden. Darf ich bitten? Danke. Santé, Madame. A la vôtre. Ich habe einen Ihrer Stiefsöhne gesehen. Theo. Ach, der arme Theo. Er bemüht sich wirklich rührend, in der besten Gesellschaft zu verkehren. Aber ihm fehlt das entsprechende Geld. Er hat nie einen Zantin. Hat Ihr Mann ihm denn nichts vermacht? Das Testament meines Mannes war äußerst gerecht. Es wurde alles unter uns vieren gleichmäßig aufgeteilt. Das Bedauerliche war nur, es gab leider nichts aufzuteilen. Seitdem wirft Theo mir immer vor, ich hätte das ganze Geld verprast. Stimmt das denn? Natürlich stimmt es. Ich liebte alles, was schön und teuer war. Sagen Sie, Madame, wie mixen Sie eigentlich Ihr Schlafmittel? Möchten Sie, dass ich es Ihnen vorfüge? Ja, bitte. Gut. Eine Sekunde Geduld, Kommissar. Ich fülle das Glas halb mit Mineralwasser. Na noch etwas mehr, so ungefähr. Da hinein kommen sieben Tropfen meines Schlafmittels. Moment bitte. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Nun wird umgerührt und fertig. Das mixe ich immer eine Stunde vorm Schlafen. Ja, und an dem Abend als Rosa starb. Was haben Sie da gemacht? Es wieder in den Schrank gestellt, wie immer. Und bis Rosa es mir dann ans Bett brachte, hatte ich es nicht mehr angerührt. Und sonst auch niemand. Auf dem Glas waren keine Fingerabdrücke außer Ihren und Rosas. Wollen Sie damit wieder einen Verdacht aussprechen? Nein, nein. Schließlich können die anderen Handschuhe getragen haben. Bitte, Kommissar, versuchen Sie nicht, mich gegen meine Familie aufzuwiegeln. Ich wünschte so sehr, es wäre in dem Abend noch jemand Fremdes hier gewesen. Es war auch jemand hier, der das hier verloren hat. Außerdem waren Fußspuren im Garten. Er muss es eilig gehabt haben, fortzukommen. Sie meinen, hier war ein Fremder, um mich umzubringen? Das weiß ich nicht. Hatte Rosa einen Liebhaber? Rosa? Ach, wo denken Sie hin? Sie war ein einfaches Mädchen vom Lande und ihr Zimmer lag direkt neben meinem. Wo hat Ihre Tochter Samstag geschlafen? In einem kleinen Zimmer im Parterre. Sind Sie jetzt nachts allein hier im Haus? Ja, aber ich habe kein bisschen Angst. Wie sollte ich auch? Ich habe doch Frankreichs berühmtesten Kriminalisten, der auf mich aufpasst. Welche meiner Fälle haben Sie verfolgt? Soll ich Ihnen meine gesammelten Zeitungsaufschnitte zeigen? Oh, ja. Na schön. Ich liebe meinen Mann. Sie verstehen sicher nicht, dass man zwei Männer zugleich lieben kann. Ist dieser Leon Perrault der zweite Mann? Den ich liebe? Nein. Er ist nur ein charmantes Abenteuer. Ich brauche ab und zu Abwechslung. Bis jetzt konnte ich es meinem Mann verheimlichen. Sie verachten mich jetzt nicht, wahr? Nein. Mein Mann betet mich an. Ist doch seltsam, nicht? Wenn Sie Ihre Mutter nun verpflichtet fühlte, es Ihnen zu sagen, was würden Sie tun? Dem würde ich zuvorkommen. Lassen Sie sich von ihr nicht einwickeln. Sie ist eine eiskalte Person. Sie liebt nur einen Menschen. Sich selbst. Also, Monsieur Charles, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Rosa hätte in Ihrer Matratze Sachen versteckt gehabt. Kommissar, ich kam aus folgendem Grund darauf. Einen Kranz hat das Weib geschickt. Tja, aber zuvor nehmen, selber mit zur Beerdigung zu gehen. Und was für ein Kranz. Dagegen sahen unsere Blumen alle aus wie gestrüpp. Guten Tag. Kriminalkommissar McGree. Kann ich Sie mal sprechen? Was wollen Sie? Warum kommen Sie zu uns? Gehen Sie doch zu den feinen Herrschaften. Aber die darf man ja nicht belästigen. Wissen Sie denn überhaupt, wer die Mutter von Rosa war? Ich. Nur weil wir arm sind, glauben die anderen, sie können uns schlecht machen und sich reinwaschen. Wenn ich einen Fall kläre, gibt es für mich keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Ich muss sagen, Madame, ihr Essen riecht sehr gut. Was möchten Sie wissen? Sie haben doch Rosas Sachen abgeholt. Das war unser gutes Recht. Halt doch den Mund, Henri. Wissen Sie, Monsieur, die Kleider haben wir schon alle unter den Familienangehörigen verteilt. Das ist bei uns so problematisch. Die Kleider wollte ich auch nicht sehen. Ich meine den Krimskrams. Aha. Na, schmeckt's? Man hört's. Ach, ein Geschenk. Von wem? Woher soll ich das wissen? Seitdem sie bei denen Mädchen für alles war, waren wir ihr nicht mehr vornehm genug. Er hat geschworen, er hat sie nie angepasst. Wer hat geschworen? Irgendjemand von der Familie der Bessons. Theo? Und wenn er's war, den mach ich alleine fertig. Dazu brauch ich keine Polizei. Vergehe schon und mach deine Arbeit weiter. Er hat sie nicht angefasst, hat er gesagt. Ja, du glaubst doch alles, was man dir erzählt. Und weiter hat er gesagt, er wird den Täter finden, der Rosa vergiftet hat. Und zwar ohne die Polizei. Sie haben doch bis jetzt überhaupt nichts getan. Archer, wenn Sie mir nicht sagen wollen, von wem Rosas Geschenke stammen, was soll ich da tun? Die Polizei will nur vertuschen, weiter nichts. Genau das hat Theo Besson gesagt. Jetzt hab ich aber die Nase voll von deinem sauberen Theo Besson. Du zeigst ihm den doch wohl nicht. Soll ich dich vielleicht vorher um Erlaubnis fragen? Hier, gib ihm den Ring. Na los, mach schon. Wo haben Sie den gefunden? In Ihrer Matratze? Nein, Monsieur, sie hatte ihn in Ihrem Hut verstückt. Henri, gib dem Kommissar auch einen Apfelnust. Ich war damit beim Juwelier. Ein echter Smaragd, hat er gesagt. Kostet so viel wie ein Fischerboot. Wie ein Fischerboot. Ein Fischerboot, hm? Guten Abend, Inspektor. Guten Abend. Vielleicht doch. Ja, ja, bitte. Nun erzählen Sie mal, Doktor. Ja. Also, Rosa Troschi war meine Patientin seit ungefähr 18 Monaten. War sie ein melancholischer Typ? Melancholisch, lustig, einfach, überspannt, offen, verschwiegen, warm, überempfindlich. Ein nettes Mädchen. Wann kamen Sie das erste Mal zu Ihnen? Das war, äh, ja. Sie kam das erste Mal in die Sprechstunde am, äh, 7. Dezember. Dann am 11. Januar, 2. März und am 8. Dann am 3. Mai, 12. Juni und 31. August. Ah, hm. Doktor Jolly, Kommissar Maigret. Sehr angenehm. Ganz meinerseits. Was hat dem Mädchen gefehlt? Sekunde. Erster Besuch, Anämie. Zweiter Besuch, eine ganz seltene Blutkrankheit. Beim 3. war sie allergisch gegen Milch. Beim 4. und 5. Magen- und Darmkrebs, 6. bösartiger Tumor, 7. schwer zuckerkrank und beim 8. Hormonmangel. Diese Diagnosen hatte sie sich selber gestellt. War sie ein Selbstmördertyp? Ach, wo? Das arme Ding war nicht zur Schule gegangen, wollte alles schnell nachholen. Sie hat sehr viel gelesen, das konnte sie gar nicht verdauen. Zum Beispiel redete sie immer wieder von Freud. Freud? Und von Sex. Sex? Ja, aber sie wollte nichts von Sex wissen. Sie war noch Jungfrau. Eine überaus gesprächige Jungfrau. Ich habe ihr immer zugehört und gab ihr dann eine Flasche gefärbtes Wasser. Sie war dann so lange geheilt, bis sie ein neues Buch über Medizin gelesen hat. Entschuldigen Sie uns einen Moment, Doktor. Was ist mit Theo? Er sitzt in einer Casino-Bar und trinkt Scotch. Sie sollten doch nicht von seiner Seite weichen. Aber ich hatte doch den Arzt ergebilden. Wir müssen verhindern, dass heute Nacht noch ein Mord passiert. Gehen Sie zu ihm. Dr. Jolie, Sie kennen Madame Besson doch ziemlich gut, nicht wahr? Natürlich, ich bin seit Jahren Ihr Hausarzt. Welche Tageszeitung hat Sie abonniert? Merkwürdig, dass gerade Sie das fragen. Wissen Sie, Madame Besson ist prinzipiell keine Zeitung. Nie. Das macht 5,30 Euro. Morgen, mein Junge, morgen kriegst du das Doppelte. Morgen sind wir alle reich. Morgen fängt bald an, Monsieur Besson. Mach keine Schwierigkeiten. Du bekommst das Geld morgen bestimmt. Der junge Troschue hat Sie übrigens vorhin gesucht. Troschue? Der soll ruhig weiter suchen. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Sagen Sie, ist Monsieur Théo Besson hier gewesen? Ist vor ein paar Minuten. Er hat einen Handruf bekommen, dann ging er weg. Und wo ist er hin? Zurück in sein Hotel, nehme ich an. Das Bett ist eine gute Zuflucht vor Gläubigen. Danke. Wo ist denn mein Freund? Ich kann ihn nirgends finden. Hier brauchen Sie nichts zu suchen, wir haben geschlossen. Soll das heißen, Sie wollen mich rausschmeißen? Ich war erst eine Woche im Krankenhaus, das reicht mir. Wo ist Monsieur Théo Besson? Der ist gerade weg. Welche Richtung? Erste links, zweite rechts und dann immer der Nase nach. Er will bestimmt nicht, dass Sie nachkommen. So nicht von mir. Hallo? Wer? Ah, Monsieur Théo Besson. Ja. Er ist hier. Sie wollen ihn sprechen? Hey, Sie! Monsieur Besson will Sie sprechen. Hä? Wieso? Wozu denn das? Rosa hat mir ein paar Sachen von Ihnen erzählt. Wenn ich da auspacke, dann gute Nacht. Vielleicht tue ich es, vielleicht tue ich es nicht. Machen Sie es kurz, ich will ins Bett. Wer garantiert mir, dass ich Ihnen glauben kann? Na gut, aber wenn das eine Falle ist, dann schlage ich Sie zusammen wie einen nassen Sack. Verdammt noch mal, hör mit dem Krach auf! Von wegen nicht nachkommen, er bittet mich sogar darum. Und wenn was faul ist, dann gibt's diesen hier. Er hat immer noch Licht. Vielleicht liest er im Bett. Der alte Besson ist schon vor fünf Jahren gestorben. Warum haben die Bessons so lange gewartet, bis sie mit dem Morden anfingen? Und was hat Theo von Rosa gewollt? Sex. Diesmal war es nicht der Sex. Theo interessierte an Rosa nur eins. Sie konnte Tag und Nacht die alte Dame beobachten, was er nicht konnte. Ist das der einzige Ausgang vom Hotel? Und die Tür dort in die Garage. Sehen Sie nach, ob sein Wagen noch da ist. Um wie viel Uhr geht Monsieur Theo bis sorgewöhnlich zu Bett? Um diese Zeit. Dann fängt sein Schlafmittel an zu wirken. Der Scotch. Rufen Sie in sein Zimmer an, ob er da ist. Na, machen Sie schon. Wer ist da? Wer ist da? Er hat nichts mehr gespürt. Der Schuss ist mitten ins Herz gegangen. Ach, der arme Junge. Was habe ich getan? Sie haben ihn getötet. Ich hatte so furchtbare Angst. Der Vorhang hatte sich plötzlich bewegt. Ich fragte, wer ist er? Aber er hat nicht geantwortet. Aber dachten Sie, es wäre ein Einbrecher? Nein, ich dachte, es wäre der Mördermann. Man wollte mich umbringen. Und in meine Todesangst habe ich geschossen. Sie trifft keine Schuld. Sie haben aus Notwehr gehandelt. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beruhigungsmittel. Nein. Wollten Sie ihr nicht zureden? Hm. Der gute Henri. Wirklich ein Jammer. Wie konnte ich nur sowas tun? Das frage ich mich auch. Und warum? Er ist immerhin ins Haus eingebrochen. Und ich war ganz allein. Schließlich ist es mein gutes Recht, mein Leben zu verteidigen. Das Recht haben Sie, wenn man Ihr Leben bedroht. Wir haben uns im Garten getroffen. Ich habe einen Schuss gehört. Rufen Sie ein Motel an. Die Tochter soll sofort herkommen. Ihm Nachthemd von mir aus. Und der Bruder auch. Lassen Sie das Fenster beobachten. Ich glaube, ein Glas von meinem Kalverdus würde unseren Nerven gut tun. Die Aufregung war zu viel für mich. Ein benehmend guter Mann. Unglaublich. Prolet. Wussten Sie, dass Sie eine Waffe hatten? Es war notwendig. Ich kann mich nicht erinnern. Muss ich Ihrem Gedächtnis erst nachhelfen? Ich weiß wohl, dass mein Vater einen Revolver hat. Sie haben doch Henri Drochu heute Abend mit dir hergebracht. Stimmt's? Ja. Und warum? Warum? Kommissar, finden Sie das korrekt? Wir sprechen uns noch. Zeigen Sie mir noch mal Rosas Zimmer. Ich verstehe nicht, was das bedeuten soll. Aber bitte, wenn Sie wollen. Jeder behandelt mich, als ob ich ein Verbrechen begangen hätte. In einem kultivierten Haushalt müsste es doch Scotch geben. Warum sehen Sie mich so komisch an? Wollen Sie mich hypnotisieren? Nein. Ich überlege nur, ob der Schnaps nicht vielleicht vergiftet ist. Das ist mein Zimmer, Kommissar. Haben Sie hier irgendwas verändert? Es war alles draußen. Ich habe das ganze Zimmer gründlich sauber machen lassen. Sind die Möbel umgestellt worden? Darum haben Sie alles umgeräumt. Ein kleines Kugloch. Doch, durch das Rosa sie vom Bett aus beobachten konnte. Tag und Nacht. Gehen Sie bitte in das Zimmer. Gehen Sie schon. Einen Schritt zurück. Jetzt umdrehen. Mit dem Gesicht zur Frisierkommode. Machen Sie die Schublade auf. Holen Sie Ihren Schmuckkasten heraus. Zeigen Sie mir, was Rosa gesehen hat. Zuchtperlen. Imitation. Ein kleines Vermögen, mit dem Madame im Geheimen spielte. Und als Rosa dahinter gekommen war. Na, bist du jetzt zufrieden? Du denkst doch wohl nicht, dass ich sie umgebracht habe. Nein. Das Risiko überlässt du anderen Leuten. Und alles nur, um dein schäbiges Erbe zu kriegen. Damit du deinen verwelkten Gräfinnen imponieren kannst. Was machen Sie denn da? Ich denke auf Papier, Madame. Woher wussten Sie, dass sie den ganzen echten Schmuck behalten hat? Antworten Sie, oder ich bringe Sie dahin, wo man Ihnen das Antworten beibringt. Mein Vater hat ein Vermögen für Sie ausgegeben. Mein Vermögen. Sie sagt, sie hätte den Schmuck verkaufen müssen, um die Schulden zu bezahlen. Der Schmuck ist aber nie auf den Markt gekommen. Also haben Sie sich Rosa geschnappt, damit sie für sich spionieren und stehlen sollte. Nein. Den Smaragd hat sie von sich ausgenommen als Beweis. Nun wusste ich, dass meine Vermutungen stimmen. Daraufhin bin ich zum Anwalt gegangen. Aber Rosa ist zu früh gestorben. Ein lieber Mensch hat sie vergiftet. Meinen Sie mich? Wer so krankhaft geizig ist wie Sie, kann sich keine Mitwisser leisten. Wenn ich Sie getötet hätte, würde ich Sie dann hergebeten haben? Das haben Sie erst gemacht, nachdem Charles mich angefordert hatte. Und um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, haben Sie das Märchen mit den Zeitungsausschnitten erfunden. Das war ein ganz grober Fehler. Sie hatte sie doch gebeten zu kommen. Und warum hatten Sie Angst? Der traue ich alles zu, sei das mit Rosa passiert ist. Ja. Darum haben Sie Henri mitgenommen und den jungen Vorgeschäft. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, aber kein Verbrechen. Bleiben Sie sitzen, sonst knallt's. Ich habe einen Einbrecher erschossen, stimmt. Aber denken Sie, Rosa hätte sich von mir Strichninen das Glas schütten lassen? Kommissar? Mein armes Kind, was machst du, wenn dein Mann erfährt, dass du hier mit deinem Liebhaber geschlafen hast? Ich habe gehört, wie sie Rosa auszankte, weil sie an ihre Medizin ging. Sie wusste, Rosa würde jedes Schlafmittel austrinken, das sie stehen ließ. Das tat sie jeden Abend. Du selbst hast das Strichninen in deinen Schlaftrumpf geschüttet. Madame Besson, ich verhafte Sie wegen Mordes an Rosa Trouchy. Entschuldigen Sie meine Verspätung, aber ich konnte es nicht eher schaffen. Es ist was Furchtbares passiert. Meine Schwiegermutter ist gestorben. Furchtbar nennst du das, woher halb die abgehört? Aber ich bitte dich, jetzt habe ich das doch am Hals. Das ist wirklich zu viel für mich. Aber was ist denn eigentlich? Rosas Bruder ist erschossen worden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde alle Formalitäten erledigen. Wenn ich bitten dürfte, Madame. Schau, mein Junge, bring mir bitte meinen Kip. Die Nacht ist doch etwas zu kühl für eine alte Dame wie mich. Arme Rosa. Ihre Schwäche für Arzneien musste sie mit ihrem Leben bezahlen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020